Leutompomni gegen Einer Bettner. Ein Angels gegen Einer Bettner. Da gibt es ein Kämmer. Volle bei Kompli. Kompli. Und die Widerschreibung in Einer Bettnern. Jetzt setzen wir die Hand auf einen zweiten Tempel. von Walton Pli Musste Schwingen Schläge anstecken Jetzt ja geklappt hast du gewinnt Beide runter Klass Nummer 2 Kämmer von Walton Pli Wie lange werden sie das wohl noch auslassen? Sehr sehr spät in der Regel gegen die die gefährlichen Kämpfer Ich glaub die haben schon einen Schwarz Einhard Päller macht das hier wirklich stark Brunstock Diese erste Runde geht an Einhard Päller Viniasko, Viniasko Viniasko